Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Toho man, wir sind hier noch an RCT und wir gehen zuerst mal hier rein da nicht wieder zu schauen ich bin der Filme Guru, ich liebe es zu fischen, ich kann nicht ohne das Leben sag mir, magst du es zu fischen, liebst du es zu fischen, großartig ich mag deinen Stil, ich glaube wir können freund sein, nimm das und fische immer freund eine alte Route haben wir erhalten fischen ist ein Lebensweg, es ist wie die feinste Poesie von den... von den Meeren bis zu den Flüssen geh und hol dir einen großen raus, mein Freund ja, das probieren wir hier gleich mal aus aber ich... habe so eine Vermutung, was rauskommt nicht mal ein... Los Angeles ausschaffen ja, Toho, habe ich am Marken, sehr schön und es ist... ein China damit habe ich jetzt nicht gerechnet Pachuli Pachuli benutzt einfach Konfession damit habe ich jetzt nicht gerechnet habe ich jetzt eigentlich mit einer Fairy gerechnet warum... weil... ich beim Kapador Hintler eine Fairy gekauft habe dachte ich mir, hier ist das ebenso, dass hier Fairies mich und hier geben wir es nicht rein und zuerst nehmen wir das Schild hier draußen Toho Finklop, alle Toho Finklop sind willkommen ich bin gespannt, wo ich den Toho, der labert denn er labert ja noch mal von den Galopper ich bin der Hauptmann, äh, der Chef des... oder der Vorsitzende des Toho Finklops ich habe mir den... mir ist von der Toho aufgezogen ich bin sehr... da... bla bla... kennen wir nicht mindestens so... gut dazu... mein... mein Lieblings... Juki? Ach... nein... 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 die Zeit vergeht ich habe zu lange geplappert danke, dass du mir zugehört und wir halten... ein... Radfahrgut... ein Radgutschein ja, es ist ein Tokio... fliegt in überall hin gut, was bist du denn? Chiyui und du bist ein Lillivite heide, es kann reden, es kann reden, es... hat mit mir geredet ja... was hat mit mir? Rute... na, da schauen wir später noch hin aber zuerst... Moment... ich glaube ich... Moment... wie viel habe ich gefangen? habe ich schon 10 gefangen? Eiernot? ja, ich bin jetzt schon 10 Toho... was ist schön? Yamame... oh mein Gott, da greifen Yamame an Yamame haben diesen langen Tunnel ok, wir rennen schnell hier durch und... treffen auf... was bist du denn? Ein Ring? Nö... kein Bock... ein Chibi Ring... und ich werde hier etwas... was bist du denn? Ein Satori... kenne ich auch nicht... es gibt eines was ich mir nennen würde... ich weiß aber nicht ob ich vorkommen... ob dies Toho überhaupt vorkommen... ob dies Toho überhaupt vorkommen... was bist du denn? Ein Koishi... 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 Unconscious... die kenne ich... die gibt es bei... die kenne ich... die gibt es bei... Toho... 12.3... und wenn man von Yamame spricht... kommen sie immer... ich habe aber kein... Bock... zu kämpfen... und ich kann nicht fliehen... jetzt kann Schaufler... schnell Patschi... warum mache ich das eigentlich... bin ich dumm... ja ich bin dumm... flucht... Moment... ich habe ne Idee... ich hoffe es funktioniert... Teleport... Nein... Patschi... Nein... Du... Arsch... Nein... Dafür musst du sterben... in 2m schnell... in Mega Speed Mode... Ich geh jetzt aber nicht zurück... ein Yugi... das mir egal ist... das kein Geschlecht hat... ja... ich habe keinen... Bock... auf die... ewig lang... Einleitungssequenzen hier... ja... wann... hier hindert mich in irgendwen... drin... ja... wir greifen... viel zu viele Toho... an... jetzt reicht's mir... endgültig... ernsthaft... ich wollte nicht zu diesen Mieten greifen... aber es muss anscheinend zu sein... ja... ja... hat er hier... kann es nicht sein... ich habe keinen Bock zu kämpfen... danke... Hallo du... ich bin... ich bin in der Fels... aber es war... ja... blabla... genau das ist natürlich... hier und ich trottler... was vergessen... wir kommen hier noch gar nicht durch... ich bin ganz umsonst... also... ja... ich bin ganz umsonst... hier durchgekommen... was will der Typ hier... und was gibt der mir dafür... ich... suche für... eine... keine... suche... der... gibt ein... e... paar... sie... dafür... ja... ich habe leider keine... mir ist doch euch schon mal nicht begegnet... mal schauen... schauen wir uns... hier noch... keine... 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 haben wir hier irgendwo... keine... ich habe mich schon mal... keine begegnen... da... keine... mhm... aber kann ich noch nicht fangen... mhm... 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 bei ihnen greift nicht erst links und rechts von der city der stadt im norden wo wir noch hinkommen müssen erst durch den feld und was willst du hier hallo fremder ich kann sagen dass ich kann sagen dass du kommen kann ich sagen ob du vom meer oder von den bergen kommt aber hör auf und zu reden und so alle meine tos sind aus dem meer ja ein anja ja viel scheiße labert und ich deswegen scheiße der zähle und er hat ihn auf 18 und ich benutze konfusion ich bin mit leichten fehler noch turbo dreher denke ich das herbe die sehr gut party 206 oder 19 mal schauen wir schaffen mit dem wieder nach den langer werden wir nicht besiegen die summe da war patschi noch mal schön können wir noch mal konfusion der pixel der legendäre pixel bin ja ja was der bluer mag die sohle bezieht und patschule tun wird 122 xp der benutzten china noch mal und ein konfusion noch mal tut er wo das war knapp und die jahre oder besiegt durch den super tiefe attacke dann verdammt ich habe den weg entkommen lassen gut dann würde ich sagen das war es für heute mit let's betonen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir wieder da runter gehen und man schuhe er ist ja erst ja ich bin der ruhige typ ist das nicht das ist nicht meine kapine weg war noch mal meine kabine aber egal wir sind beim nächsten mal leute bis dahin und ciao